Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Ja, wir spielen Episode 1. Nicht das normale Spiel, aber für mich gehört das tatsächlich einfach zu Half-Life 2 dazu. Das ist quasi, da geht die Story einfach weiter. Und wir sind jetzt hier noch hinter einer Wand geschützt vor den Beschuss eines Striders. Von daher will ich nur mal ein paar Worte loswerden. Und zwar zum einen, ja, ich habe letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge, letzte Woche quasi, die Stunde voll gemacht, anstatt eine halbe Stunde zu machen. Das soll aber nicht die Regel werden. Ich bleibe hier weiter bei 30 Minuten Folgen. Tatsächlich war mit ein Grund dafür aber, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt kurz vor Ende und ich weiß tatsächlich nicht genau, wie lang das Spiel jetzt noch geht. Kann also sein, dass jetzt hier ziemlich schnell am Ende vom Spiel ankommen. Dann würde ich in dieser Folge tatsächlich auch einfach mit dem zweiten Teil direkt anfangen. Schauen wir also mal. So, wir müssen hier lang, wir kommen von hier unten, müssen hier lang. Da drüben wartet, wie gesagt, ein Strider von uns. Und hier sieht man auch schon die Deckungen, die wir haben, um immer wieder in Deckung zu gehen. Jaja, da kommen sogar noch andere Gegner. Mehr als nur der Strider. So, ich glaube, diese, diese Minen kriegen wir nicht klein. Jetzt im geduckten Zustand zu speichern ist scheiße. Ah, ich hatte jetzt eigentlich gehofft. Ich bin zu weit gelaufen. Ich habe gerade, ja, nein, tatsächlich war das, äh, war das jetzt nicht irgendwie Blödheit, dass ich weitergelaufen bin, sondern eigentlich wollte ich rennen und gucken, ob ich an der Mine vorbei rennen kann, bevor sie hoch hüpft. Aber er ist einfach nicht losgerannt, sondern er ist wieder langsam gelaufen. Das ist wieder dieses vom, ähm, ich probiere jetzt mal von hier zu rennen. Jetzt kommt der Freund wieder. Oh, das Spiel ist verdammt laut. Ich muss jetzt mal etwas leiser drehen, weil wenn ich mich selber nicht mehr höre beim Reden, ist das nicht gut. So, jetzt können wir mich hier speichern, weil wir nicht. Super, ich habe gerade gespeichert. Dankeschön. Ich wusste nicht, dass er die Dinger irgendwann klein kriegt. Also jetzt müssen wir hier manuell tatsächlich diesen Spielstand wieder laden. Nun gut, okay, also wir rennen hier rüber und laufen dann weiter. So, der Wand erklang hier runter. Nein. Hier runter, da hin. So, das ist schon viel besser. Äh, nein, ist es nicht. Wir müssen unbedingt weiter. So, das Spiel zwingt uns hier also unbedingt weiter zu gehen. Wie man sieht. Das habe ich nicht mitgekriegt, dass hier nur Mine waren. Okay, nochmal laden. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. Nein, wo sind wir hier? Ja, natürlich sind wir hier, weil das ein Quick Save war. Lädt der Quick Load natürlich auch das. Aber ja, wir sind ganz am Anfang. Also jetzt werde ich das durchziehen und nicht viel dabei reden, weil ich mich aufs Spiel konzentrieren muss. Ansonsten passiert wieder so ein Mist wie eben. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Sehr schön. So, und jetzt haben wir hier noch eine von den Minen, die wir mal dahinter schießen. Und dann holen wir uns erstmal den ganzen Kran, der hier liegt. So, und dann können wir hier einmal den da machen. So, wir wissen schon, dass der Strider da im Lauf wartet, uns abzuballern. Okay, da ist Holz. Das bedeutet, der kann da durchschießen, wenn er uns sieht. Und dann gehen wir weiter hier weiter. So, und dann gehen wir weiter hier weiter. So, im Moment, der kommt gehen. Und einmal den Kran der hier ist einsammeln. So, komm her. So, hier drüben ist eine Leiter, die wir wahrscheinlich hoch müssen. Und dann geht das hier hinten weiter. Also, während wir beschossen werden, da haben wir nicht viele Chancen. Und da haben wir jetzt hier die Mission, um uns zu wehren. So, jetzt ist die Frage, ob hier direkt ein Nachfolger kommt. Sieht nicht so aus. Gut, dann gucken wir mal hier unten. Wir wollen ja keine Schmerzen. Wir haben schon genug davon. Ja, geschafft es, scheinbar. Tatsächlich hier raus. Wir wollen gucken, ob ihr noch Zeug seht. Hier ist sie also rein. Das ist die Tür, wo die wir hier aufgemacht haben. So. Irgendwie kann ich es kaum glauben. Das soll es gewesen sein. Wir haben es geschafft. Ich speichere mal. Was hast du schon gesagt, Alex? Vielleicht war das jetzt ein... Ja doch, du hast recht. Wir haben es wirklich geschafft. Ab in den Tunneln. Da ist noch ein Ganschild. Das stützt auch ab. Beim Glück musste ich das nicht abschießen. Da hinten sieht man die Zitadelle. Und hier wird die Nachricht gesendet. Nehme ich mal an. Das haben wir also nicht verhindern können. Oh mein Gott, die Transmission ist raus. Ja. Und alle Dropships verlassen. Und das ist die Explosion. Ich würde sagen, das ist damit eindeutig auf das Ende dieses Teils. Genau das, was ich befürchtete, aber... Ich hoffe, der Zug ist schneller als die Explosion. Die Schiffe interessieren sich nicht für uns. Die hauen einfach nur ab. Und fliegen. Ja. Und das war's. Genau das, was ich befürchtet hatte. Ich hätte tatsächlich eben schnell noch die paar Minuten weiterspielen sollen. Ich war mir aber unklar, ob jetzt nicht doch noch was Größeres kommt. Und dann hätte ich aus der einen Stunde vielleicht zwei gemacht. Also, das ist Half-Life 2 Episode 1 und wir machen jetzt gleich weiter mit Half-Life 2 Episode 2, nachdem hier der Abspann zu Ende ist. Schließlich wollen wir zumindest die ganzen Leute, da ist wieder Gabe Newell, die ganzen Leute ehren, die hier an dem Spiel mitgearbeitet haben. Auch wenn die Half-Life-Reihe tatsächlich, hier kommen übrigens die Sprecher, die Half-Life-Reihe tatsächlich ein bisschen Frust auslöst bei den Fans. Weil, ja, weil tatsächlich die, ähm, der dritte Teil nie rauskam. Weder von Half-Life 2 Episode X, noch eben ein Half-Life 3. Stattdessen kam eben dann Portal und Portal 2 raus. Und, ähm, irgendwie nie wirklich eine Fortsetzung dieser Geschichte bis vor kurzem. Und was ja der Grund war, warum ich hier anfange, das ist nämlich Half-Life Alyx, was ich besitze. Und ich werde, sobald das hier alles aufgenommen ist, das heißt, noch bevor ihr, hier sind wir wieder im Hauptmenü, noch bevor ihr quasi das Ende wahrscheinlich von Half-Life 1 seht, oder gesehen habt, weil wenn ihr das hier seht, ist das nämlich alles schon lang raus, äh, werde ich Alyx anfangen zu spielen. Und das tatsächlich dann auf Englisch und auch sofort veröffentlichen. So, ich pausere jetzt eben hier die Aufnahme und schalte das Spiel um nach Half-Life 2 Episode A2. Der Grund, warum ich jetzt nicht live umschalte übrigens, ist, dass mein OBS ein bisschen braucht, bis er anfängt, das Bild zu sehen vom Spiel. Das bedeutet, die Logos am Anfang, gerade das schöne Valve-Logo mit dem Kopf, mit dem, ähm, mit dem, äh, ja, Valve-Rad. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht ein, was Valve auf Deutsch heißt, mit dem Ventilrad, da haben wir es doch, ähm, äh, im Hinterkopf. Ähm, das sieht man eben nicht. Erst danach, ähm, kriegt OBS das Spielfenster mit und aufgezeichnet. Von daher habe ich das immer weggelassen. Es wäre schade, ich hätte gerne das Let's Play gestartet, mit den, äh, Logos am Endeffekt. Aber gut, ich mache jetzt hier eben schnell bei der Aufnahme Pause, wechselt das, tauscht das Spiel. Und dann sehen wir uns also jetzt für euch in, äh, in einer Sekunde oder so wieder. So, und hier sind wir bei Half-Life 2 Episode 2. Im Hauptmenü. Ich habe eben gerade nach die Auflösung gedreht. So, dass es auch nach was aussieht. Und dann wollen wir doch mal das Spiel anfangen. Wie man sieht, ich habe das natürlich auch schon einmal gespielt. So. Die Spiele natürlich damals schon durchgespielt, als sie rauskam. Und wir erinnern uns, das letzte Spiel endete mit einer großen Explosion, als der Reaktor der Zitadelle hochging. Und wir finden uns hier in diesem, in dem Zug wieder interessanterweise. Wir waren hier eben noch draußen. Na gut, schauen wir mal, die Tür kriegen wir nicht auf. Und Alex ist auch verschwunden. Unsere Gravity Gun ist weg. Wir haben kaum noch Lebensenergie verloren. Wir haben keine Anzugsenergie mehr. Aber wir können hier ein paar Köfferchen herumwerfen. So, ist vielleicht keine gute Idee. Ja, ich gehe jetzt hier so durch das Wasser durch. So, hier ist noch ein Waggon. Da hinten ist die Gravity Gun. Kann ich hier raus? Ah, da steht Alex. Guckt. Nein, hier können wir nicht durch. Ja, das besondere quasi, oder was das Interessante ist. An diesen Spielen war eben, dass wir ein bisschen auch auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Und zwar nicht nur um, wenn sie öffnet uns jetzt irgendwelche Türen, nicht nur um Türen zu öffnen. Sie macht ja mehr Dinge. Sie reißt hier die Tür zum Spiel weg. Ja. Ja, mein Anzug kompensiert den Kick. Das wäre praktisch. Übrigens, ich habe das jetzt schon im normalen Half-Life 2 so bemerkt. Sie hat ja hier dieses Halsband mit diesem Ding. Ich hoffe, dass in Half-Life Alyx rauskommt, was das ist und was das soll. Es ist mir tatsächlich vorher nicht aufgefallen. Würde mich sogar nicht wundern, wenn sie das nachträglich eingebaut haben. Aber ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe mich, was Half-Life Alyx angeht, übrigens nicht gespoilt. Ich habe angefangen zu spielen. Und ganz, ganz am Anfang, bevor die eigentliche Story sozusagen losgeht, entschieden, dass ich das aufnehmen werde. Und von daher habe ich mich nicht gespoilt. Das heißt, da ist es dann ernsthaft. Das sind meine Reaktionen quasi auf das Spiel, das ich noch nicht kenne. So, schauen wir mal, was wir hier hinten haben. Okay, ein Waggon. Eine Dose. So. Dann schauen wir mal hier auf der Seite. Aber tatsächlich ist es auch bei den Spielen so, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. was hier los war. In den Weißen Wald. Hier sieht man die zerstörte Zitadelle. Alyx rennt auch sofort hin, dass wir auch gucken. Ich würde ja sagen, dass sie irgendwie irgendwie Energie hier rein, aus dem Reaktor der Zitadelle da oben rein geht. Das ist heftig. Also das kann natürlich hier auch ein Portal an sich sein, schon ein riesengroßes, dass er irgendwas Großes durchkommt. Die ersten Tage? Ich hoffe, wir werden nicht mehr bekommen. Die ersten Tage, nachdem ich den Black Mesa, den die Landen besiegt habe? Oder, naja, okay, das ist wahrscheinlich alles an einem Tag passiert. Von daher ja. Aber die Frage ist, oder meint sie Black Mesa selbst? Nun gut, jetzt ist aber auch hier das kaputt gegangen und wir können... Ja, das ist ja auch eben erst aufgegangen. Durch den Portal Storm. So. Okay, da kommt jetzt nichts entgegen. Sieht irgendwie ein bisschen so aus, ne? Hier sind Tische. Und so. Da sind die Lohren. Oh, Ameisen dürfen. Die mag ich ja nur, wenn sie denken, ich sei ihre Mutter. Aber es scheint so, als seien die bis hier hier alle platt. Sieht aber auch hier nach Zombies aus, also nicht nach... Also, das müssen wir die Leute hier angucken. Ja, das sind alles hier Wissenschaftler-Zombies, interessanterweise. Also, alles keine... Dankeschön. Keine Rebels. Da hinten laufen auch noch Zombies rum und genau das wollte ich eigentlich vorhin so eben sagen, als die... Als die Raben da waren. Die haben mich doch sehr an Ravenholm erinnert. Und Ravenholm, hier sieht man die Sägeblätter und die vielen Zombies. Genau. Das wurde sofort getriggert bei mir. Okay. Ich hätte auch was dagegen. Hier müsste ein Ei ausmachen. Okay. So, dann wangen wir eben mal. Da schießt sie auf der Leiche. Guck mal, ja gut, okay, dann stehen sie nicht mehr so stehen in der irgendwie. Ich kann die auch in die Luft sprengen. So, dann nehmen wir das mal wieder mit. Wow. Die sind ziemlich robust hier. Dann noch einer weg. Und noch einer weg. So, dann speichern wir mal, bevor hier der Kampf losgeht. So, ein Explosiv-Zombie. Der kann auch gerne erstmal die Knie in die Luft jagen. Da scheint auch keiner mehr nachzukommen. So, dann machen wir die Tür auf. Jetzt schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn? Okay, ein Kommunikationszentrum. Mal sehen, ob wir eine Message zu meinem Vater können. Ja, ich hoffe, du weißt die Telefonnummer. Start, stopp. Ja, ja, das war ja zu erwarten. Ja, reparieren. Also, hier sind ja die... Hier fehlt noch ein dritter Sticke oder so. Da ist auch durchgeschmolten. Naja, ich würde hier tatsächlich einfach mit den Steckern rumspielen. Ah ja, genau. Da hat sie mir auch die letzten Stecker einfach runtergeworfen. Na bitte. So. Genau. To-Check-In. Dann schauen wir mal. Ach, genau. Das hatte ich vergessen. Tut mir sehr leid. Die Untertitel habe ich vergessen auf Deutsch zu stellen. Jetzt kann ich auch über das Gerede drüber reden und ihr könnt lesen, was sie sagt. Wobei ich das eigentlich nicht vorab. Kleiner Eli. Ich hebe gerade versichere ich mein Glas Wasser wenn ich noch nicht trinke. Um ihn zuzuprosten. Ja, das ist sehr offensichtlich. Sieben Stunden Krieg. Es wird es nicht dauern. Sieben Minuten. Mein Gott. Gordon. Was ist das, warum sie so viel Daten aus der Citadel aus der Citadel? So, dass... Daten aus der Citadel? In der Kontrolle. Es war ein sehr, sehr, sehr. Sie haben ein großes Folgen von Daten direkt in die Kordestruktion der Kordestruktion. Magnussen, hast du das gehört? Ich glaube, es ist das Kordkode der Kombination. Ja, 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 ich bin nicht der Glaube. Ich habe den gesamten Paket. Sie haben uns immer noch geholfen. Sie haben natürlich auch. Sie sehen, Kleiner, ist der Linge-Pin der ganzen Plan. Ich bin mir das. Ich bin mir der Kord. Ja, ich bin nicht der Kord. Ich bin nicht der Kord. Sie haben uns immer noch mit dem Kordestruktion. Natürlich haben sie. Sie sehen, Kleiner, ist das die Linge-Pin der ganzen ihre Pläne. Das ist das spezifische Kontaktkode für die Kombination-Overworld. Good God. Mhm. Launch? Welcher Start? Und was war der Sieben-Stunden-Krieg? Ich habe hier eines nicht mitgekriegt. Ich komme in! Dad, bist du da? Dad! Oh! Oh! Remote-Koninen. Sie haben uns immer noch geholfen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Minderung. Sollte die Restriktionen. Komm schon. This way! Also, in dem roten Text stand irgendwas von Bioten. Ich würde sagen, Biotics würde ich jetzt mit Lebenszeichen eher übersetzen. So Bio-Signals oder so. Zumindest ist sowas gemeint. So. Dann machen wir das hier auf. Sammeln das mit Lebensenergie ein. Äh, für einen Quicksafe sollte immer Zeit sein. Guck mal, da geht's nicht weiter. Dann geht's halt hier runter. Jetzt ist das Ding... Okay. Ich wollte nicht das Ding dahinter... So. 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 Kracht durch... ...die Band. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und jetzt gucken wir auch wieder an unseren Freund die Säge. So. Dann schon. Ah. 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 Ja. Was war das genau? Ja. Und ich habe keine Waffen. das weiß ich auch so schon. Das weiß ich auch so schon. So. Ich gehe mal hier übers Dach. Okay, hier ist ein Kontrollpult. Gucken wir mal hier rein. Also hier habe ich... So. Naja, das Licht geht hier nur unter das Gebäude. Hier wird Strom drauf sein. Und da geht die Tür auf. Wie ich mir gedacht habe. Hätten natürlich auch fies sein könnten und dafür sorgen, dass ich dieses Kabel unter Strom setze. Und der Knopf. Ja, ich weiß. Ich höre es. Noch mal ein bisschen Lebensenergie. Was ist das? Komm hier. Alex, nein. Wir haben sie nicht beschützen können. Nein, nicht. Okay. Ah. Ein Wort hier garnt. Ich konnte sie nicht beschützen. Hilf ihr. Wir wissen ja schon, dass die Vatigons Heilfähigkeiten haben. Das Klivienvorwurf. Ah, danke. Danke. Ich würde mich nicht wundern, wenn man diese Sprache auch lernen kann. So wie Klingonisch. Mein Klingonisch. Mein Kind wird uns in einem geschlossenen Ort treffen. Aber sie hat die Übersicht. Wir müssen sie dort schnell bewegen. Ich werde sie stabilisieren, wenn der Freemann uns mit Schutz geben wird. Ich kann es versuchen. Ja. Ich habe es bei ihr schon nicht geschafft. Ja. Lasst uns beeilen in den Minen. Die scheinen sich gar nicht für uns zu interessieren. Okay, das ist das, wo es weitergeht eindeutig. Weil ich da die Crowbar wieder bekomme. Mal gucken, ob ich hier irgendwo anders etwas tun kann. Ob ich etwas Bonusmäßiges einsammeln kann. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich sagen, so. Da die letzte Folge eine Stunde ging, mache ich jetzt nach etwas weniger als der Stunde Schluss. Und würde sagen, bevor wir eben gucken, wo dieser Aufzug uns hinführt. Und wenn wir die Crowbar hier rausziehen. Ja, mache ich Schluss. Irgendwie habe ich gerade den Faden verloren, mache ich Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, miau. Ciao. Ciao.